Herzlich Willkommen wieder liebe Leute zum neuen Resi4Part und ich finde im ersten Part haben wir eigentlich sehr gut geschlagen. Wir haben das Dorf schon ein bisschen erkundet, sind dann im Bauernhof durch und jetzt sind wir schon Richtung See. Also cool, ne? Und ich weiß nicht wie es ihr findet. Ich bin gespannt und freue mich auf eure Kommentare, Bewertungen, was auch immer. Warte mal, es gibt ja auch wieder mehrere Wege. Kommen wir da her? Kommen wir da her oder? Wäre natürlich cool. Ja, das ist schon mal gut. Und eine Laufen bitte. Yeah. Also ich habe wirklich vorher möglichst mit Hirn spülen. Lieber ein bisschen langsamer, so gut es halt geht, ne? Das ist ja geil. Oh, shit. Oh. What? Was? Okay, jetzt geht's aber auch, huh? Geil. Ja. Ah, ich habe gerade gesehen. Also das habe ich aber auch schon gehört, dass man kein Leben bei der Bärenfalle verliert, aber man wird dementsprechend halt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, blockiert behindert, ja? Weil du brauchst halt viel länger und so weiter. Genau, super, da wird's auch gekillt. Nein, es ist sehr cool, also ich bin echt, wie sehr viel Spaß. Hm, das muss man noch genauer geben. Genau, das kann man dann nochmal. Okay, da habe ich aber alles, was sehr cool ist. Also, warte mal. Belohnung, achso, ich krieg drei Spinellis. Okay, cool. Immerhin. Oh, nice. Hm. Das wird eh zu sein, ja. Oh, ich kann mich so wie schleichen, Leute. Hm. Tschü, 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 tschü. Nice. Hat sich vielleicht ausgezahlt, würde ich sagen. Ähm, okay. Ich glaube, ob ich jetzt einen Jogern trifft oder bewegt sich das einfach, ich weiß es nicht. Ähm, weil ich bald, boah, geil, schau mal die Aussicht an alles. Kann man das jetzt, äh, aufhalten, die Falle oder so? Okay, da bin ich jetzt dann quasi da, oder? Ja. Cool. So. Also, wirklich, Leute, ich bin geflasht, ne? Es ist... Du Arsch. Alter, ich bin richtig gut mit dem Snipen, Leute, Alter. Das geht. Achso, nicht sogar neigt. Okay. Cool. Hm. 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 Genau, da bin ich reingegrennt vorher. Was ist da? Boah, es gibt so viel zum Entdecken, ne? Wie ist da? Äh. Puh. Ah, da hab ich ja immer noch was ist. Was schwer was denn da so rum? Ah, ja etwa. Hä? Ja etwa. Yes da. Ah da hab ich ja noch. Das fällt ein bisschen auch ab, Alter. Ja? Geil. Also irgendwas soll das sein, aber... Okay, dann, achso, dann gehen wir mal da hin. Gibt es aber nichts, oder wie? Nein. Aber man kann auch nicht ins Wasser. Das ist ja lieb. Muss man irgendwas finden? Nein. Gut. Also man kann nicht ins Wasser, ja. Das haben wir mal. Achso, eine da. Ja, nicht einmal, hundertmal. Das ist der, geht ja. Ist das der Louis, oder was? Nein. Kann ja nicht sein, oder? Dafür der Louis. Der Louis, wisst ihr? Mein Louis. Das ist der Louis bei mir, ja. Brother Louis Louis Louis. Blöd, ich weiß. Leider träge ich, ja. Was kann man das herstellen mit... Aha. Mit Flinten. Ja, machen wir mal, komm. So, so schaut das nämlich schon besser aus. Okay, man kann von schon raus wie Hulle, aber... Mit dem ist das Leben lang, ja. Irgendwas piepst da. Aha. Überraschend, dass das... Haben sie ein bisschen auf die Folien, hm. Was würde das sein? Äh... Keine Ahnung. Hey, Puppen sind auch wieder dabei. Cool. Das muss jetzt sein. Man kennt's. Schäber da nicht rumma. Was? Hahaha. Ich kenne das der Louis schon, oder? Nein, ich kann das nicht tun, oder? Darfst du der Louis? Äh... Oh mein Gott. Der Ehre. Äh... Ja, tschüss. Was hat der jetzt da gemacht, oder? Verstehe. Cool. Aha. Das wird ja auch warm open, oder wie? Genau. Ah, da steht eh alles, was... Schießpulver, schau. Habe ich anscheinend schon verpasst. Mal gucken. Wo denn? Wo ist Schießpulver? Warte mal. Habe ich schon? Habe ich schon. Okay. Wie gesagt, ich will alles möglichst kriegen, wenn's geht. Runta mit dir, Bro. Runta, runta. Huh. Was ne Atmo, Alter. Geil gemacht, ne? Da ist sicher der Louis drin. Komm. Ja. Ja. Komm mal los. Mach mal los. Mach mal los. Ja. Egal. Egal. Hast du ne Kippe? Ja. Weil das das erste ist, wenn die Werbe frei hat, hast du ne Kippe? Ich bitte dich. Oh, der Bürgermeister. Geil. Oh, der Bürgermeister. Es ist so geil, Leute. Ich bin buff. Aber was? Da wird man schon gehen. Oh, oh. Kapitel beendet. Cool. Ja, cool. Habe ich einiges freigespielt, hm? Also gibt's doch Kapitel-Spielzeit und alles. Okay. Obst-Prozent-Genauigkeit. Null Tode. Sind er als Gegner? Ja, 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 ja. Klingt schön. Nice. Mama Schreibmaschine. Speichern, speichern, speichern. Cool. Weiter. Opferlam. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Ui. Was zum Teufel? Boah, krass. Also, Mann. Wie heißt du? Also, Mann. Leon. Er ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir... ...eine das falsche Hotel gebogen. Ui. Lass das. Du tust mir weh. Und ich hab genug Apotheken. Stimmt. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Mh. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine... ...vermiste Senorita. Senorita. Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie... ...sprachen davon eine Senorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später... ...hab ich sie jemanden zur alten Kirche... ...zerren sehen? Ja. Mann, deinetwegen... ...gehe ich noch... Ui. ...geil. Geil. Oh, das ist geil gemacht. Also wer das Original kennt... ...das Geil verändert, also... ...super. Mhm. Doch. Doch, doch. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Ja. Shit. Meine Ausrüstung. Wie... Gäh. Ernsthaft? Zu forschen? Okay. Cool. Ähm... Wir sind jetzt irgendwo, oder wie? Das ist so richtig... ...manche Sachen. Geil. Ja, kriege ich meine Sachen. Ja. Boah, es sind ja keine Wurfen und nichts. Der Böse. Super, oder? Was ich jetzt im Messer kriege? Ach, kaum. Wow. Das klingt doch nicht sehr toll. Ich muss ein bisschen forschen. Ich habe nur ein Messer. Gäh. Achso, ja, okay. Dann ist... ein Zeug. Ähm. Ähm. da muss ich ein... Scheiße. Ah, da müssen wir nicht sein. Scheiße. Ja. Ja. Muurete! Das ist sicherlich ein Exakt mal, weiß ich nicht. Ist das Dave? Ja, ist das Dave. Super. Cool. Ja, ich will... Das ist aber auch nur, weil... Wo ist jetzt mein Zeug? Hat er nichts, ob das ja mein Zeug ist? Ja. Ein bisschen falsch. Was? Also muss ich da einmal schnell Druck, oder wie? Nein, oder? Das geht ja gar nicht raus. Ach so. Okay, woher geht's schon? Cool. Sorry, ja? Entschuldigt nur dafür. So. Mhm. Cooles Rätsel. Also wenn man es als Rätsel nennen kann. So, warte mal. Aber den kill ich jetzt. Oh. Okay, Stranger. Aber wie gesagt, ich hab's ja auch auf Deutsch, gell? Also... Vielleicht klingt das auf Englisch eh voll nice. Ich will den killen, warte. Ich will den killen, warte. Gönn mir das. Au. Das war dumm. Das war dumm. Ja, warte, ich halte nicht mehr schon eine Heilung. Aber Heilung wirkt sehr viel, ne? Also... Ich glaub das ist nicht so schlecht. Okay. Aber sonst gibt's eh nix. Aber mir war's das wert. Ich wollt das... Ich wollt die halt killen, wisst ihr? Ist doch schön. So. Ich gern. Willkommen. Hi. Super. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ja, ich glaub da mach ich noch gar nix, oder? Das ist, was ich derzeit hab. Hab ich vielleicht ein bisschen wenig. Ich kaufe fast alles. Warte mal. Ach so, ja die Waffen, die tu ich natürlich noch nicht weg. Ach so, ja die Waffen, die tu ich natürlich noch nicht weg. Schauen wir mal so. Besten Dank. Das ist Kalmer noch. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Kaufen. Messer reparieren. Ich glaub das so jetzt rein. Nein. Ja, warte mal mal. Lass mir das. Ähm. Ah ok. Und da kannst du dann... Da kannst du das tauschen. Cool. Ja, mein Rücken bringt mich um. Du hast ein Faible für Schätze was. Gefällt mir, gefällt mir. Es ist ja nice. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ok. Klingt aber interessant. Aber ich wärme da mal. Stirb mir da draußen nicht weg. Nee. Haha, Scherzgeks. Hm. Da ist ja Scherz, ja. Ähm. Warte mal, wo war der jetzt? Was? Ach so. Geht nur wieder einer. Schauen wir noch mal. Ähm. Ist schon ein bisschen anders aufgebaut. Find ich aber cool. Vom Style her. Ok, da auf jeden Fall wo. Ah, da. Siehst? Das war der Schatz. Nein. Wo ist der Schatz drin? 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 Ach so, Lull. Cool. Wisst ihr? Ah ja, das wird noch richtig krass zum Erkunden auf vieles. Das ist schon. Ähm. Und ja. Ja, warte mal jetzt. Wir wissen, was kann der. Ja. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ihn... Kann ihm bestimmte... Ah, ok. Dann warte ich noch. Oha. Danke. Der sinkt da vor sich hin. Cool. Hm. Okay, da gibt's mehrere Wege. Wo bin ich? Ich glaube der ist eh zu, oder? Ja. Dann gibt's eh noch einen. Wo bin ich? Puh, wenn ich das wüsste. Warte. Ah shit. Wollte schnell unterwegs sein. Ja. Ah, war ein bisschen zu hektisch. Muss ich sagen. Das muss ich schon gestehen, gell. Ja. Na. Spaß. Oh, ist es der Bereich? Ach du Scheiße. Oh oh. Ach du liebes Leschen. Oh ne du. Das wird lustig. Das wird lustig, glaube ich. Sehr lustig. Oh oh. Au. Oh, au. Oh, das wird lustig. Oh. Oh nein. Oh du. Oh du blablabla. Oh, du. Oh du blablabla. Oh nein. Oh nein. Allja. Oh, oh. Oh, das ist vorbei. Cool. Oh, jetzt wieder. Uiuiui Das hab ich mir auch schon gedacht, weil das Gebiet, das war original richtig übel Die Frage ist ja, warte mal ein bisschen mit System Ja das hab ich schon mal verkackt, mit System Leute Was geht gerade noch? Oh shit Okay, das wären 100 Tore, warte Okay, ich muss das anders machen Fast zu ruhig gewesen bis jetzt Okay Also man kann auch besser parieren wahrscheinlich Man So dum Okay 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 Gerade noch eine Heilung, glaube ich Machen wir herstellen Achso ich hoffe ich bin neu Okay 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 So Okay Oh, wow, okay. Alter... So viel Grauen. Uiuiui. Warte mal, kann man das? Ah, ja Ich glaube, da finde ich auch nicht so schlecht Ich glaube, das war gar nicht dumm, dass ich da auch hier bin So, gehe ich Oh Okay Wow Achso Das bleibt aber oben oder nicht? Ich habe Angst, ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Ah, da kommen sie schon wieder Au Au Das war Schmutz Oh, da war wahrscheinlich wichtig So Heilung Oh, da kommen wir Heilung auch Na, okay Ähm Da kommt keiner, okay Puh Ja Ja, komm her Da war gut Ja, da war nicht schlecht, hm Ja, da war nicht schlecht, hm Uh, er ist Hilfe Nice Du Maschine, Leon Wow, wie, wer Oh Wo Nein geil aber aber es geht sogar bis jetzt so geht es noch und dann oi danke war guter schuss noch mehr ginge dort noch mehr Da schießt der auch wer, ne? Oh mei Wo ist denn? Wo ist denn da wer? Ah, da oben noch? Au Ja, das stimmt Das muss ich auch sagen, ja? Ja, war aber recht gut gemacht, oder? Ich glaube, ich werde ein bisschen mehr machen Ah, boah, ich habe so viel Gewehr Shit Es ist spät Es ist spät Ei, 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 so So, machen wir das jetzt, so Ja, war aber geil War ja echt schön reich Oh, da ist noch was Noch nicht vorbei Warte, wie? Warte, wie? Warte, wo? Ging nämlich so Es ging so, Leute, ne? Ach so, erst schon Man kann da aber nicht runterfahren, das ist nett Das ist auch nett Aber irgendwie ist noch Sechs Warten Wo? Hä? Ich sehe es noch Was? Ach so, was da ist? Wo du hast noch was? Ah, Wappen, cool Gehen wir mal aufs Die, aufs Gewehr, wenn wir so wissen Ah, das Gewehr, oh Oh Gott, das Gewehr ist, oh Sehr stark Aber Jo Aber ist es auch Also Puh Also sehe Ade Da oben gibt es noch was Da habe ich glaube ich alles Noch welche Warten für wieder Oh Oh Da war der nicht Schein, Leute Hm? War er Schein oder war er Schein? Wie kriege ich denn die? Ähm, ich hole mir auf jeden Fall das da oben einmal jetzt Ich weiß ja noch irgendwo wer Ich weiß ja noch irgendwo wer Dann gehen wir nochmal auf hier Uhhh, was da? Das schaut ja cool aus Schaut lustig aus Schaut lustig aus Boden Hä? Da ist alles Da ist ein Nowhere Die Mucke sagt doch, dass das Nowhere da ist Er würde da nämlich gerne alles weggrasen Nicht grafen Oh sie kam Hm Hm Achso, na doch Ich sehe keinen Mehr Da war ich auch schon drin, oder? Nein Vielleicht auch nicht Wo ich war ja, aber ich habe das nicht gesehen Ha! Krass Da oben, wenn ich da drum bin, da ist doch dann noch was Ich würde es ja alles haben Oder da oben Oder wie Was ist da oben wer? Ist da oben wer? Hä? Bin ich blind? Oder ist das einfach so ein Effekt da? Aber da ist doch gar keiner Keine Ahnung Ich glaube das ist so ein Effekt da, hm? Ja Wie komme ich zu der auf? Wie war cool Ah! Noch mal der da war Boah geil Da ist er, oder? Obwohl, da, ja Oh, der kommt ja gar nicht auf hier, oder? Ja Hm Hat sich das aus zu dir gehabt, ne? Cool Riesig alles, hm? Warte mal Da war doch auch noch was, ja Ah, so, Aufträge Alle Ratten Alle Ratten Aha Mhm Sehr nice, schaut das alles aus Leute, ne? Da ist mein Händler Da ist mein Händler Ah, die Appel kommen Wofür kann ich dich begeistern? Oh Brauch ich denn noch 1? Hmhmhmhmmh Nächstes mal kaufst du aber was ja? Jo, vielleicht Ja, vielleicht So Überschlauer drinking bolzenwerfer meine wahren sind in einem top zustand das versichere ich ein bisschen mehr platz hat noch niemanden geschadet genau die richtige größe für dich stirbt mir da draußen nicht weg also im sexen so Also umdrehen. Ja, einfach so lange probieren, wie es geht. Das sind meine Lieblingsrätsel. Also, aber jetzt nur kurz, wird es auch irgendwo einen Schlüssel geben? Ja, genau, warte mal, da war doch eine Lade, ja, nein, warte mal, da will ich hin. Was? So. Dann benutze einmal. Uh. Nice. Schau. Jetzt kann ich dir einsetzen, egal was. Zum Beispiel. Das geht ja noch. Siehst du? Das ist eine Auszeit. So. Schreibmaschine. Ach, brauche ich jetzt eh, ne? Du hast den Geruch des Kampfes angeklebt. Du Maschine Leon. So. Ja. Ach. Malen, mal. what sind das? Aha. Geh, was du stirbst, geil. Geh, bitte. Alles klar. Hau ich noch besser? Oh, den Pohen ist es nur ein... Du musst können. Oh, krass! Jetzt ist es noch einmal jetzt geputzt, doch. Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... Jetzt ist es noch einmal erst geputzt, doch. Jetzt ist es noch einmal erreicht, geputzt. Oh, das ist doch... Boah! Boah! Oh! Oh! Oh, ein paar! Flech, kein Flech! Jaaa! Oh mein Gott. Oh, ferdig. Das ist gut. Also, ich hab das jetzt. Ja, ich muss das später ein bisschen upgraden, aber ich muss mir erst einmal anschauen alles. Soll ich da jetzt das durchwagen? Ich denke schon, oder? Uh. Ja, nice. Ja, auch gut. Alles hat sich ausgezahlt. Nice. Seht ihr? Dass ich... Ähm, da... Ja, abgehört. Also, den Bonus quasi genommen hab. War eine gute Idee. Ah, Mann. Ah, Leute, falsch geworden. Shit. Aber da ist noch einer. Das müssen wir schon machen, Leute. Ja. Ja. Warte mal. Also, muss ich von woanders, sag ich. Also, es ist auch nicht. Ein Kollege hat gemeint, es geht so um und keine ruhigen, nicht gescheit ruhiger. Also, ich find's bis jetzt voll cool. Also, genau richtig. Würde ich sogar sagen. Hm. Hm. Dann gibt's was, hm. Aufziehfiguren. Okay. Ich sehe, ich werde eh nicht alles holen. Ich will alles holen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Es wäre realistisch. Aber, mal schauen. Ja. Hm. Man hört schon was. Hm. 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 Also, ich hör was. Ich auch. Hm. Hm. Ist das das klassische Rätsel? Ja, das ist ja fies dann. Oder? Eigentlich schon fies. Oha. Dann machen wir einen Kill jetzt. Keine Absicht. Nein! Da ist das nicht. Oha. Dann machen wir ihn nicht. Oha. Oha. Oh mein Gott, mit dem hab ich reingerechnet, komm auf einmal der Spaten da her, weißt du, ja Leute, auf jeden Fall, danke wieder fürs zu sein bewerten Abo-Dank, Kommentare bei Interesse, es wird mich wirklich freuen und vor allem grad am Anfang start dann das ganze vielleicht ein bisschen pushen, ähm, also geil, also der Kettensack macht mir grad richtig verrutscht, Leute, hu 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 hu, ähm, und man kann das? Nein, kann ich nicht, okay. Ah, das? Nein, kann ich auch nicht. Was, wie kann ich das? Nein. Okay. Ui. Ui. Aber nein. Warte mal, wo geht's denn dann? Da geht's wahrscheinlich weiter, oder? Nein. Nein, natürlich nicht. Geht nicht auf. Ja, so. War ein Zufall, ha? Sind's vorbei? Oben vorbei? Nein. Einige fallen auch, hm? Also, auf jeden Fall, danke Leute, wie g'sag. Und bis zum... Ich hab' jetzt raus. Okay, komm mir nicht, geh? Nein, da ist noch nichts. Nächsten Mal, tschüss.